Aus den abgekühlten Gürteltiergeschützen, die den Sieg des Landes der aufgehenden Sonne bei Tsushima über das russische Reich sicherten, erschien ein neuer Feind vor Japan. Die Vereinigten Staaten machten deutlich, dass sie bereit seien, ihre Interessen zu verteidigen. Ihre Hauptstadt lag in China und war Schauplatz des berühmten Feldzugs der großen Weißen Flotte. In den Jahren 1907 bis 1909 unternahmen eineinhalb Dutzend amerikanische Kriegsschiffe im Anschluss an das Geschwader der Admiralität eine Reise um die Welt. Admiral Tresk de Swinsky, der nach dem Plan des US-Präsidenten Theodor Roosevelt zerstört wurde, sollte den Japanern zunächst zeigen, dass es sich bei der US-Kampfflotte nicht um die russischen baltischen Argonauten handelte, sondern um eine Streitmacht, die den Pazifischen Ozean beherrschen sollte. An einem Tag, an dem der Mars jeden zerstören würde, forderten die zielstrebigen und konsequenten japanischen militärischen und politischen Eliten die Yankees auf, nur die Ideale der Samurai sowie das militärische und technische Denken zu fördern. Seitdem ist die Marinekunst definiert. Im Jahr 1908 wurden die Vereinigten Staaten zum legitimen Feind des Inselreichs, was Japan dazu veranlasste, sich auf eine unvermeidliche Schlacht vorzubereiten. Die japanischen Admirale waren der Ansicht, dass die Vereinigten Staaten Japan wirtschaftlich überlegen seien und politisch ein ungünstiges Verhältnis ihrer Schlachtflotte zur japanischen Flotte nicht akzeptieren würden. Dies wurde auf der Washington Maritime Conference im Jahr 1920 bestätigt, als Japan gezwungen war, ein Verhältnis von drei zu sieben Schlachtschiffen zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien aufrecht zu erhalten. Letzterer war von einem Verbündeten Japans zu einem Feind und Konkurrenten eines weniger entschlossenen Staates geworden. Um sein Ziel zu erreichen, fand Japan einen Ausweg, in dem es neue Arten und Klassen von Marinewaffen entwickelte. Ungeachtet ihrer Beschränkungen wurden in den frühen 1940er Jahren Superzerstörer und riesige Sauerstofftorpedos entwickelt. Auch Patrouillen U-Boote, schwere Kreuzer und Schlachtschiffe wurden entwickelt und für den Einsatz in Einzelkämpfen zugelassen. Jedes ausländische Schiff dieser Art würde das gleiche Schicksal erleiden wie diese neuen Schiffe. Hochgeschwindigkeits-Wasserkraftflugzeuge, U-Boot-Flugzeugträger, riesige Hochgeschwindigkeitstorpedo- und Minenzuchboote sowie Kreuzer wurden entwickelt und gebaut. Die vielleicht größte Aufmerksamkeit wird jedoch einer bestimmten Art der Luftfahrt gewidmet, der neuen Ausrüstung der Marine, die in den 1920er Jahren mit britischen und amerikanischen Lizenzmaschinen aus Deutschland begann. Japan wagte den Krieg mit den weltbesten Decksturzjägern, Düsenjägern und Torpedoträgern. Die Küstenflieger innerhalb der Flotte erhielten Torpedoträger mit ausgezeichneter Reichweite sowie schwere Angriffs- und Aufklärungsflugzeuge, die bis zum Höhepunkt des Krieges eine beispiellose Komplexität in den Kampfeigenschaften aufwiesen. Während des Krieges führten diese Flugzeuge strategische Aufklärungsflüge im gesamten Pazifik durch. Unter ihnen war das von der Firma Kawanishi Kokukogio Kabushiki Kaisha gebaute Modell mit der Bezeichnung H-8K bei den Amerikanern als «EMILY» bekannt. Diese Flugzeuge wurden mit strengen Taktiken und Strategien entwickelt, die in zahlreichen Übungen getestet wurden, und zeigten die Fähigkeit, Japan in einer schnellen Kriegsführung zum Sieg zu führen. Die Kawanishi H-8K «EMILY» gilt weithin als das beste Flugboot des Zweiten Weltkriegs und wird oft auf Augenhöhe mit der geschätzten britischen Schott-Sund-Erland gemessen. Im Jahr 1938, als der HS-6K im Einsatz war, bemühte sich Kawanishi bereits darum, ihn zu ersetzen. Das Ziel der japanischen Marine war ein schnelleres Flugboot mit größerer Reichweite und verbesserter Verteidigung. Dieser Anspruch gipfelte in einem klaren Hochdecker-Design mit dem Namen Prototype HAK-1. Ursprünglich mit einem einziehbaren Schwimmer gedacht, wurde dieses Konzept weiterentwickelt, um den Schwimmer durch einen festen zu ersetzen, um Gewicht zu sparen. Die Fertigstellung des Prototyps erfolgte am 31. Dezember 1940. Angetrieben von vier 1530 PS starken Mitsubishi MK4 AK CI-11 Motoren, einem luftgekühlten Zweizylinder-Radial-Design, das von Pratt & Whitney Technology beeinflusst wurde, zeigte der Prototyp eine erhebliche Instabilität im Wasser. Zu den Änderungen zur Verbesserung der Seetüchtigkeit gehörten die Einbeziehung von Halsinnovationen und ein drittes Uhrwerk mit einer verlängerten Schwanzflosse. Ingenieure behoben diese Probleme und führten 1941 zur Produktion des Modells mit der Bezeichnung H8K1 Model 2, auch bekannt als Model 11. Produktionsvarianten des H8K1 boten Platz für eine zehnköpfige Besatzung und waren mit einer 120 mm Kanone vom Typ 99 im Heck- und Heckturm bewaffnet. Ob diese Geschütztürme angetrieben wurden, bleibt unklar. Darüber hinaus befand sich in Blasen auf jeder Seite des Rumpfes, sowie in den Bug- und Bauchöffnungen ein einzelnes 7,7 mm Maschinengewehr Modell 92. Die Angriffsnutzlast bestand aus 8.250 kg oder 550 Pfund schweren Bomben oder 2.800 kg oder 1.764 Pfund schweren Torpedos, die unter Flügeln getragen wurden. Spätere Produktionsmaschinen hatten MK4BKs A12 Motoren mit technischen Verbesserungen, aber keine Änderung der Leistung. Die Wasserhandhabung der H8K-Serie war schlechter als die der H6K, ihre Flugleistung war jedoch deutlich besser. Die H8K1 hatte acht kleine Treibstofftanks in den Tragflächen und sechs große Tanks im Rumpf. Die Flügeltanks waren ungeschützt, während die Rumpftanks teilweise selbstdichtend waren und im Falle einer Beschädigung über ein Kohlendioxid-Feuerlöschsystem verfügten. Die Rumpftreibstofftanks könnten Treibstoff zurück in unbeschädigte Tanks pumpen. Die relative Anfälligkeit und geringe Größe der Flügeltanks lassen darauf schließen, dass sie bei einem Einsatz zuerst entleert werden sollten, um das Handling des Flugzeugs zu verbessern. Der erste ernsthafte Einsatz der H8K erfolgte im März 1942 bei einem zweiten Luftangriff auf Pearl Harbor. Die drei beteiligten H8K1-Serien waren auf den Marshall-Inseln stationiert, etwa 3.700 Kilometer von der Insel Oahu entfernt. Dies lag sogar außerhalb der Hin- und Rückreichweite des H8K1 und machte das Auftanken per U-Boot an einem Wegpunkt erforderlich. Als das Ziel jedoch erreicht wurde, hüllten schwere Wolken das Gebiet ein, was dazu führte, dass der Angriff abgebrochen wurde. Ein Versuch einige Monate später wurde von amerikanischen Streitkräften an der Tankstelle vereitelt. Diese Operation erforderte erheblichen Aufwand, ohne ihr Ziel zu erreichen. Selbst wenn der Überfall wie geplant verlaufen wäre, wäre er gegen gut vorbereitete amerikanische Streitkräfte zwecklos gewesen, was zu einer Fehlallokation von Ressourcen geführt hätte. Der H8K2 führte eine verbesserte Verteidigungsbewaffnung ein und ersetzte das 7,7 mm Geschütz in der Nase und den Rumpfblasen durch ein 20 mm Geschütz. Außerdem wurden an jeder Seite des Rumpfes und des Cockpits flexibel montierte 7,7 mm Geschütze angebracht. Dies ergab eine beeindruckende Gesamtverteidigungsbewaffnung von 520 mm Kanonen und 5,7 mm Geschützen. Aufgrund seiner schweren Verteidigungsbewaffnung nannten einige alliierte Piloten die H8K2 das fliegende Stachelschwein. In der späteren Produktion wurden die Maschinen mit einem Langwellen-Seesuchradar Mark VI Model 1 ausgestattet, das über einen Handtuchhalter-Sender und Empfangsantennen im Yagi-Stiel entlang der Nase und unter den Flügeln verfügte. Unterdessen wird an einer Transportvariante des H8K gearbeitet. Der erste Prototyp wurde für diese Rolle modifiziert, vom MK4QKC22 Motor angetrieben und erhielt den Namen H8K1L. Im Jahr 1945 erhielt die Transportversion den Namen Seiko oder Stillsky und verfügte über Unterkünfte und zwei Decks für 29 Passagiere mit relativ bequemen Sitzplätzen oder 64 mit weniger bequemen Sitzplätzen. Die Bewaffnung wurde auf ein 13 mm Maschinengewehr im Bug und eine 20 mm Kanone im Heck reduziert. Zwei experimentelle Varianten des H8K wurden ebenfalls entwickelt, gingen jedoch nicht in Produktion. Der 20 mm Turm und die Kanone wurden in Luken auf jeder Seite des Rumpfes montiert und ersetzten die Blasen. Diese Lukenanordnung war auch bei der späten HS6K II Serie vorhanden. Es wurden zwei H8K III Serien gebaut und anschließend mit einem stärkeren 1825 PS starken Kasey 25 BMK 40 B Motor ausgestattet. Nach der Umbenennung in H8K IV wurde eine Transportversion H8K IV L in Betracht gezogen. Aufgrund der sich verschlechternden militärischen Lage wurde jedoch der Produktion von Jägern zur Verteidigung der Heimatinseln oberste Priorität eingeräumt. Bis zum Ende der Feindseligkeiten im August 1945 wurde keine H8K Serie gebaut. 112 H8K II Serien wurden in Dienst gestellt und beteiligten sich an Aufklärungsflügen im Pazifik und im Indischen Ozean. Sie führten Bombenangriffe auf Ziele wie Colombo, Kalkutta und Ziele in Westaustralien durch. Darüber hinaus führten sie Versorgungsflüge zu abgelegenen Inseln, Garnisonen im Meer und U-Boot-Abwehrpatrouillen durch. Ein Teil des Einsatzzwecks des H8K-Typs wurde 1944 mit einem Zugradar ausgestattet. Interessanterweise erfüllten sie diese Rolle genauso gut wie die Sunderlands. Während der Kampfhandlungen wurden nicht weniger als sieben amerikanische U-Boote mit direkter Unterstützung japanischer Flugzeuge abgeschossen. Die Emily traf häufig auf amerikanische Jäger, deren Piloten zugaben, dass diese Maschine die am schwersten zu knackende Nuss sei. Dies geschah, als fünf oder sechs Kämpfer ihre Munition verbrauchten, um die H8K abzuschießen. In den späteren Phasen des Krieges verfügten die Yankees jedoch über eine Fülle von Jägern und Munition. Folglich überlebten zum Zeitpunkt der Kapitulation Japans nur zwei H8K dieses Typs. Auch alle umgebauten L-Wasserflugzeuge wurden zerstört. Auf den Salomonen schossen die H8K mehrere Offiziere des Hauptquartiers der kombinierten Flotte unter dem Kommando von Admiral Isoroku Yamamoto ab. Die Ermordung des Admirals wurde von Franklin Roosevelt und später von Frank Knox genehmigt. Das japanische Marinekommando beschloss, zuverlässigere kugelsichere Flugzeuge bereitzustellen. Das Flugboot H8K wurde im ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewählt, als die Welt in das Zeitalter der nuklearen Konfrontation eintrat. Militärexperten in der Sowjetunion und im Westen erwogen verschiedene Methoden zur Bereitstellung von Atomwaffen. Doch die damals realistischste Nuklear-Triade schien aus landgestützten strategischen Bombern, ballistischen Raketen und Wasserflugzeugbombern zu bestehen. Letztere waren zusammen mit U-Booten weiterhin im Einsatz. Der Treibstoff könnte theoretisch jeden Punkt auf dem Territorium des Feindes treffen, wo er sich befinden könnte. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass diese Pläne auch von den Erfahrungen des japanischen Flugbootes H8K beeinflusst wurden, dass bereits Ende 1941 jedes Ziel in den Vereinigten Staaten erreichen konnte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.